Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein. Paul Trinieri et al. sind jetzt sehr nahe an der Spitzengruppe, wobei der Italiener die Führung anführt. Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein. Paul Trinieri et al. sind jetzt sehr nahe an der Spitzengruppe, wobei der Italiener die Führung anführt. Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein. Paul Trinieri et al. sind jetzt sehr nahe an der Spitzengruppe, wobei der Italiener die Führung anführt. Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein. Paul Trinieri et al. sind jetzt sehr nahe an der Spitzengruppe, wobei der Italiener die Führung anführt. Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein. Paul Trinieri et al. sind jetzt sehr nahe an der Spitzengruppe, wobei der Italiener die Führung anführt. Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein. Paul Trinieri et al. sind jetzt sehr nahe an der Spitzengruppe, wobei der Italiener die Führung anführt. Welbrock ist wieder vorne, nachdem er vielleicht auf dieser Runde im Leerlauf gefahren ist. Sein langer Schlag sieht auch bequem aus, wobei Olivier viel schneller in seinem Schlag ist. Der Rückstand auf die Verfolgergruppe beträgt jetzt 15 Sekunden, fast die Hälfte dessen, was er zuvor erreicht hatte. Mehr Fütterungsansätze, und Welbrock und die anderen beiden brauchen lange Fütterungen. Die Energienivus müssen inzwischen erschöpft sein.